Was ist eine erwerbstätige Versicherung in der gesetzlichen Rente? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Politisch gefordert wird von den Grünen oder von den Linken eine einheitliche Rentenversicherung. Die Grünen nennen diese einheitliche Rentenversicherung eine sogenannte Erwerbstätigkeitenversicherung. Das heißt, alle Menschen, alle Bürger in Deutschland sollen in diese Versicherung einzahlen. Nicht nur, also in die Rentenversicherung einzahlen, nicht nur die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder die zur Berufsausbildung beschäftigten Menschen, sondern auch Selbstständige, Beamte, Politiker und auch Vorstandsvorsitzende oder Geschäftsführer von GmbHs und so weiter sollen in diese Versicherung einzahlen. Dieses Modell der sogenannten Erwerbstätigkeitenversicherung gibt es im Übrigen zum Beispiel seit den 50er Jahren als einheitliche Versicherung in Österreich und auch in vielen anderen europäischen Ländern in verschiedenen Formen, aber sie existieren. Und kein Mensch würde auf die Idee kommen, dass man hinter einer Erwerbstätigkeitsversicherung hier etwa die Einführung von sozialistischen Versicherungsmodellen oder Einheitsversicherungsmodellen vermuten könnte. Im Übrigen in der ehemaligen DDR gab es auch eine einheitliche Erwerbstätigenversicherung. Da waren also praktisch die Arbeitnehmer und auch die Selbstständigen generell sozialversicherungspflichtig und haben hier Beiträge abgeführt. Frau Bendele, die Präsidentin des großen deutschen VdK-Sozialverbandes, fordert sogar darüber hinaus nicht nur die Einführung einer Erwerbstätigenversicherung, sondern sie sagt ganz aktuell, dass die Arbeitgeber einen höheren Anteil zur Rentenversicherung als Beiträge zahlen sollen, damit diese Rentenversicherung für die Zukunft auch tatsächlich überlebensfest und auch zukunftssicher ist und auch gute Renten auswerfen kann. Näheres zum Thema der einheitlichen Rentenversicherung oder Erwerbstätigenversicherung finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.